Hallo. Kommt rein. Zimmerduell Staffel 3 Folge 3. Diesmal mit Bobby und Ludo. Bobby einmal bitte deine Farbe hochheben. Gelb, das ist richtig. Ludo einmal deine Farbe. Blau. Genau, dann können wir auch schon starten. Erste Frage. Wer von euch hat früher beim HSV unterschrieben? Das ist korrekt. Und das ist auch wirklich korrekt. Denn Bobby hat am 23.6.21 unterschrieben und Ludo am 28.6. Okay, Bobby. Yes, yes, yes. Erster Punkt. Frage 2. Wer von euch hat den besseren Style? Bobby, da warst du sehr schnell. Habt ihr auch das Gleiche. Sehr gut. Einmal geil. Bobby, wieso hast du sofort gesagt, Ludo hat den besseren Style? Ludo ist sehr markensichtig. Der legt sehr Wert drauf. Ich bin ein bisschen älter, bisschen ruhiger, Familienvater und so. Da muss ich nicht mehr so Wert drauflegen wie er. Okay, Frage 3. Wer von euch war bei den Lehrern in der Schule beliebter? Uff. Uff. Okay, Bobby hat schon. Ludo überlegt noch. Oh, da liegt der daneben. Beide haben den anderen genommen. Denkt ihr beide, ihr wart nicht so beliebt bei den Lehrern? Ich bin ein bisschen mit dem Clown, du weißt. Ja, aber jeder liebt dich. Der Trainer liebt dich. Der Trainer liebt dich. Deswegen bin ich dich. Frage 4. Wer von euch wäre der bessere Fußballfotograf? Auch wieder daneben. Scheiße, man, Bobby, man. What the fuck are you doing, man? Frage 5. Wer ist der größere Romantiker? Hallo, du hast aber, glaube ich, gelinst. Den Punkt kann ich euch nicht geben. Warum, warum? Nein, 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 nein. Hat ich nicht gesehen. Okay, warum, Bobby, glaubst du, dass Ludo größer Romantiker ist? Ja, weil ich leider nicht romantisch bin. Deswegen, also. Ludo, du bist schon ein bisschen romantisch? Auch nie so. Okay. Okay, Frage 6. Wer von euch hat mehr Spiele für den HSV absolviert? Beide gleichzeitig, beide richtig. Bobby hat 78, Ludo hat 76. Siebte Frage. Wer von euch steht früher auf? Auch wieder sehr schnell. Auch wieder richtig. Liegt es einfach daran, dass Bobby Frühaufsteher ist oder Ludo einfach ein bisschen länger lieben bleibt? Beides. Beides. Frage 8. Wer von euch schafft mehr beim Bankdrücken? Auch wieder sehr schnell und auch wieder richtig. Sehr gut. Da seid ihr euch sehr sicher gerade bei den Sachen. Neunte Frage. Wer von euch telefoniert mehr? Ja. Ludo kurz gezögert, aber doch richtig. Sehr gut. Blut helfen dir das aber viel, Bobby? Ja. Mit Familie und so weiter? Familie, Freunde. Ja. Heute auch wieder. Mehr als, über eine Stunde schon. Oh, das ist natürlich wirklich ziemlich viel. Okay. Frage 10. Wer von euch wird beim Training häufiger vom Coach angesprochen? Gleichzeitig auch wieder richtig. Sehr gut. Wie kommt es, Ludo, dass du so oft angesprochen wirst? Ja, ich weiß nicht. Mach mehr Fehler oder so. Ich denke, Bobby, denke. Hälfte Frage. Wer braucht länger im Bad? Uff. Uff. Tink Bobby, tink. Bobby hat sich schon entschieden. Nach dem Training, wer ist schweinbar? Ja. Ich habe schon gesagt. Leider daneben. Nein, Mann! Wow, Ludo. Was machst du, Mann? Frage 12. Wer von euch hat zuerst im Volksparkstadion getroffen? Wer von euch hat zuerst im Volksparkstadion getroffen? Wer hat das erste Goal? Wer hat das erste Goal im Volksparkstadion? Ich. Das ist korrekt. Beide haben Blau genommen, beide haben Ludo genommen. Das ist auch korrekt. Ludo am zweiten Spieltag, Bobby am achten Spieltag. 13. Wer von euch geht öfter zum Friseur? Uff, das ist schwer. Das ist schwer. Ludo hat sich entschieden. Korrekt. Sehr gut. Bobby, ich lege. Du weißt. Ich weißt. Du weißt gut. Woran liegt es, wenn ihr gerade so lachen müsst? Können wir nicht sagen. Können wir nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Dann bleiben wir es dabei. 14. 14. Wer von euch ist ordentlicher? Bobby extrem schnell. Ludo, oh mein Gott. Bobby, das ist nicht möglich. Bobby, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Bobby, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Vielleicht müssen wir gleich mit der Kameramann in euer Zimmer gehen. Oh, wow. Mach es, mach es. Frage 15. Wer von euch schreibt mehr Autogramme nach dem Training? Oh, diese Sprache sind eher schwierig als die anderen. Leider daneben. Bobby, Mann. Sehr ärgerlich. Aber diese Frage ist auch 50-50. 50-50. 16. Und letzte Frage. Wer von euch schläft schneller ein? Das ist korrekt. Bobby, Schnellschläfer? Ja. Zwei Minuten. Zwei Minuten, ja. Das ist ja extrem schnell. Hast du da irgendwelche Techniken oder passiert das einfach? Einfach müde und weg. Einfach müde und weg. Bobby, Mann. Aber, Bro, clean. Nein, Bro. Wenn du deine Sachen und meine Sachen schaust. Nein, wir beide. Wir beide. Aber, Bro. Nein, 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 nein. Nach drei Tagen sehe ich den Mann. Ich beginne mit dir. Du hast nie angefangen. Du hast nie angefangen. Okay, Bobby, Ludo, 11 von 16 Richtige. Damit seid ihr auf dem zweiten Platz. Zufrieden? Oder hätte er noch mehr gehen können? Also, mehr. Ein, zwei Punkte. Ein, zwei Punkte. Mehr drin gewesen. Ihr habt gerade schon kurz diskutiert. Ihr ärgert euch am meisten wahrscheinlich über das ordentliche Thema. Ja, aber wir sind beide sehr unordentlich. Ich würde sagen, also echt extrem unordentlich. Aber... Nein, 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 Bobby. Wir sind verschiedener meiner. Okay. Wunderbar. Vielen Dank euch. Danke. Danke für euch. Danke. Danke. Danke.